Und jetzt sind wir auch in Welt 4. Herzlich willkommen zurück. Sauer 2.1, das nächste Level. Das ist ein Wüstenlevel, cool. Noch ein Pilz. Oh, das war jetzt nicht so toll. Ja, eine Feuerblume, die können wir gebrauchen. Das war Fail. Na gut. Äh, was ist denn das? Muss ich jetzt wirklich hier rüber? Oh! Achso, so ein Zeitlupen-Dingens war das gerade. Das war auch jetzt nicht so intelligent. Ah, dann war ich schon mal meinen Pilz. Oh, das wäre so ein Giftpilz. Müssen wir aufpassen. Wo kommt der jetzt runter? Das ist offensichtlich weg. Was war denn das? War da irgendwas? Achso. Das ist ja auch mal fies gewesen. Was ist das? Und gestorben. Cool. Und da war das Leben schon wieder rein, ne? Das klappt doch mal wieder. Oder auch nicht. Also ich will mir auf jeden Fall da drüben was Alten holen, was jetzt auch passiert ist. Oh, puh. Uiuiui. Oh. Hier war der drin. Ja, gut. Ich speichere an der Stelle lieber mal. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Jetzt. Oh, das hat gepasst. Und jetzt da drüber. Cool. Daneben gesprungen. Also lade ich an der Stelle ein. Ja, mir ist aufgefallen, das ist schon wieder recht warm draußen. Also es ist fast schon sommerlich. Na gut, nicht ganz, aber früh ist es jetzt noch kalt. Aber größtenteils kann man eigentlich am Nachmittag dann schon irgendwie ohne Jacke rumrennen. Das begrüße ich sehr, dass das so ist. Aber früh ist, wie gesagt, ist es noch kalt. Und was auch gut ist, dass es jetzt mittlerweile am Morgen des Tages immer schon wieder hell ist. Die konnte ich nicht abschießen. Nee. Und ja, das ist nämlich immer noch recht frustrierend, wenn man wenn man, ich sag mal nach, früh ist dann ständig unglaublich geschafft, wenn man früh ist noch im Dunkeln draußen rumrennt und am Abend im Dunkeln wiederkommt. ist das jetzt eigentlich besser, wenn man nur im im Helm Oh, was war denn das? Ah, ich will diese dramatische Musik eher desto krachen. Kann ich dort runter? Ja. Und sterben. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert vorhin. Dann kann das sein. Das soll jetzt nachgeholt sein. Und weiter geht es. Was ist da oben? Die Kugel, die habe ich komplett übersehen. Und tot. Ah, ich habe schon nie. Na, mein Gamepad laggt wieder mal. Hallo. Ich möchte gern auf Load gehen. Och, was ist denn das? Und jetzt. Ja, jetzt greife ich mir mal von hier drüben. Das Vieh. Oder auch nicht. Was ist denn das für ein Dreck hier schon wieder? Jetzt. Mal los, komm ran auf den Mäler. So, und nächster Versuch. Ah, so geht's auch. Ist zwar nicht ganz das, was ich wollte, aber es hat geklappt. Ja, sehr schön. Oh, was ist das? Muss ich dort runter? Ich hoffe nicht. Uff. Ne, offensichtlich kann ich auch dort oben lang. Okay, damit hat sich das die Frage erledigt. Aber hier die Rotmünze hätte ich schon gern, weil uns das nämlich ein Leben bringt. Cool, nicht? Lass mal schnell speichern. Ein Leben. Los, komm her. Yes. Dreckswolber. Ich glaube, ich gehe oben lang. Das sieht gesünder aus, oder? Hm. Ja, auf jeden Fall. Was ist da drunten? Ich muss jetzt nicht wirklich da dranspringen, ha? Mir fällt auch ein bisschen was wie Yoshi, aber ist nicht wahr. Das wäre ja gerade ein interessanter... Das wäre ja gerade ein interessanter Bug, als ich da den Spielstand geladen habe, hat es meine Punkte verdoppelt. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, dass das passiert. Würde ich jedenfalls behaupten. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ich spring nochmal herüber. Oh, das war aber knapp. Ich muss doch das hoch offensichtlich und dann einfach mit Blind rechts rüber springen. Ja. Ah, ich mag gleich den Blindjumps jetzt nicht unbedingt. und da ist schon das Ziel. da kommt schon das Level Sauer 2, 3, genau. Das ist schon. die kann ich auch nicht die scheinen irgendwie sowas wie unbesiegbar zu sein. und da ist schon. Ich bin jetzt ein bisschen und da ist das ist Oh. Ah, Mist. Und nächster Versuch. So, mir kam jetzt so ein Vieh. Oh, die Plattform fällt runter. Ich hätte es wissen müssen. Ist das euer Ernst? Das ist ein schönes Level. Ich glaube, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir ziehen jetzt mal direkt durch. Ah. Ach, hier kommt man so gar nicht hoch. Das ist ja immer blöd. Auf manche Plattformen kommt man so hoch, aber auf andere dann wiederum nicht. Oh, lag. Lag of Skills, sozusagen. Komm her. Bang. So, gleich mal speichern, nachdem wir die Stelle geschafft haben. Und jetzt hier hoch. Noch ein Eiswürfel. Hä, was war denn das jetzt? Ist die Plattform da jetzt runtergefallen, nachdem ich draufgesprungen bin? Oder was war da los? Oder was? So, na los. Wart auf euch zu drehen. Und jetzt meine Feuerblume. Und jetzt meine Feuerblume. So, ich speichere mal wieder. Und warte, bis die Plattform hier dann endlich zurückkommt. Hallo, jetzt. Hallo, das kommt noch Kubik. So, jetzt war es aber gerade knapp. Knapper Sprung. Oh, ich sehe schon wieder hier. Oh. 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 Das war es aber schon eine üble Situation gewesen. Das ist das Ziel. Punktlandung. Und das in meinem Ziel. So, Sauer 2-4 mache ich heute nicht mehr. Ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.